Und ein Moinsen zu einer klassischen VfB-News und Vorbericht und auch so ein bisschen Tippspielfolge, wie ihr es kennt. Wieder das lange Format im Podcast-Stil, Audio hört es euch an, macht nebenher Sachen, dies, das, wie man so einen Podcast halt hört. Nummer 1 ist natürlich die VfB-News und da auch wieder gekleadert in so ein paar Überkategorien. Nummer 1 ist hier Verein, sag ich mal. Wir haben was Neues, beziehungsweise auch nicht mehr so neu. Da hat sich einiges angesammelt, Woche Urlaub, dies, das. Klaus Vogt hat Stellung genommen zur Fankritik an Winamax und da war vor allem interessant dran, dass er auch da nochmal bestätigt hat, dass man mit einem regionalen Sponsor quasi unterschriftsreif war und dann hat sich da was bei denen geändert, worauf der VfB keinen Einfluss hatte. Da gab es ja auch Gerüchte von irgendwie ganz oben eben in den Kategorien bei denen, also irgendwie Geschäftsführung, wie auch immer, halt eine ganz hohe Person hat sich da irgendwie was personell verändert und deswegen ist der Deal nicht durchgegangen und hat dann eben, ist man quasi auf Winamax dann umgeschwungen. Das heißt, man war schon auch das, man wollte schon das machen, was ja alle Fans wollten, nämlich einen regionalen Hauptsponsor, aber ja, hat nicht funktioniert und vielleicht richtet das nochmal ein bisschen ein anderes Licht auf den Deal. Porsche ist die Nummer 2 und auch da ist das Thema Klaus Vogt wieder dabei, weil hier was von Ricky Palm quasi widerlegt wurde, was sehr, sehr viele geschrieben haben, nämlich, dass dieser Porsche-Deal nun, ja, irgendwie aktuell in der Luft hängt, so. Und nichts passiert, da war ja irgendwann die PK gewesen im Juli, glaube ich, noch. Hieß es, im Juli wird noch unterschrieben, ist nicht passiert. Bisher hat eine Absichtserklärung unterschrieben unserer Geschichte, nur eben große Parteien, also das Mercedes, Porsche, VfB, deswegen hätte ich so oder so die ganze Zeit eh dran geglaubt, dass das Ding durchgeht, weil so eine Absichtserklärung zu unterschreiben, PK zu machen und später zu sagen, nee, ist doch nicht passiert, ist ja für die alle scheiße, ne. Ist ja für alle ein Scheißlicht auf die großen, großen Player hier. Aber Ricky Palm hat ja auch gesagt, nichts davon stimmt, Zusammenarbeit läuft unabhängig von Personen sehr gut, geplant sind die Unterschriften für September. Ja, also da auch ein bisschen Beruhigung und hier war eben das Thema, was irgendwie auch so wird, der Klassiker von Transfermarkt.de Insider und Twitter Insider, also Insider, ja, mit sehr, sehr großen, äh, ja, Gänsefüßchen, heißt das so, ja, ne, Gänsefüßchen dran, Ähm, Anführungszeichen dran, ähm, weil hier wurde oft genannt, dass Vogt ein Grund sei, warum Porsche nicht will, weil irgendwie Vogt dann zu viel, zu viel Macht hätte, oder zu viel, oder sie quasi einmal mit der Person Vogt nicht zufrieden wären da und der erste Grund, warum es jetzt so lange dauert, wegen der Unterschriften so, weil die sich unsicher sind, ob sie mit ihm an der VfB-Spitze das machen wollen, wurde zumindest in der Hinsicht mal widerlegt von Ricky Palm. Dauerkarten, auch ein Dauerbrenner-Thema irgendwie und jetzt wurde es nochmal interessant, weil der Kicker auch wieder vor einiger Zeit, äh, ja, auf Instagram gepostet hat, quasi in Statistik, wer wie viele Dauerkarten verkauft hat und hat da auch einen Fehler eingebaut, komischerweise, also auf Nummer 1 ist, äh, Dortmund mit 55.000, danach die Bayern mit 38.000, Frankfurt 35.000 und danach kommt Leipzig, 32.000 und wir kommen auch mit 32.000, was aber halt komplett falsch ist, äh, weil es hat, glaube ich, sogar der Kicker selbst in anderen Artikeln geschrieben, wir haben 33.200 verkauft, mindestens mal oder vfB, irgendwann mal als Wasserstandswendung abgegeben, ähm, 33.200, damit wären wir vor Leipzig und damit ja auch, ne, Dortmund, Bayern, Frankfurt, Platz 4 in der Bundesliga, was Dauerkartenverkaufmenge angeht, auch sehr, sehr stark, auch das, schon länger her, ich nehme es trotzdem mit rein, habe auch schon, habe wirklich viel aussortiert, kennt es oder könnt es vielleicht vorstellen, äh, ich sammle mir die ganzen News zusammen von Twitter, von überall und, ja, sortiere es dann, sortiere aus, deswegen, letzten Wochen sehr viel, sehr großes Word-Dokument gewesen, deswegen auch schon viel aussortiert, aber das noch mit drin gelassen, die Promillegrenze, hat natürlich auch alles schon mitbekommen auf Instagram, falls ihr mir da folgt, weil die Instagram-Stories natürlich noch viel schneller sind, schnellere Möglichkeit ist, äh, da die News zu verbreiten, ähm, die aktuellen und da eben Promillegrenze von 1,4 runter auf 1,0, ähm, ich meine, so oder so, das steht jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass beim Einlass jeder kontrolliert wird, sondern halt wahrscheinlich die Auffälligen, die Verhaltensauffälligen, da muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich meine, ich bin da eben so ein bisschen voreingenommen, weil ich kein großer Fan von Alkohol bin, äh, aber generell, was da teilweise für, für Kommentare drunter standen, auf Twitter, auf Instagram, wie auch immer, äh, zu dem Thema, ah, wie kann man das denn machen und sowas, ähm, ne, irgendwie, wir werden, wir werden immer wieder hier entmachtet und bla bla bla, äh, da gab es schon wirklich einige, die schon deutlich offenbart haben, was das für ein Riesenproblem für die ist, ist, dass man sich da jetzt nicht 4, 5 Bier pro Spiel reinstellen kann, äh, oder, ja, vor dem Spiel zumindest mal nicht reinstellen kann, äh, wenn man reinkommen will, wobei auch da, wie gesagt, vielleicht können sie auch manche überspielen, kommt vor allem auf Verhalten, Verhalten drauf an, dass man irgendwo in Röhrchen blasen muss wahrscheinlich, aber da haben sich schon auch ein paar Leute offenbart, würde ich sagen, die da wirklich in Überschwung ein Problem damit hatten, dass der VfB von 1,4 auf 1 Promille runter ist, VfB in Team, auch nettes Wortspiel hier, äh, ist die neue oder auch schon angekündigte neue Doku-Reihe vom VfB zur Saison, Folge 1 ist da auch schon rausgekommen, äh, rund um, ja, ein bisschen Relegation war, glaube ich, noch mit drin, bin mir gerade gar nicht mehr sicher, äh, aber auf jeden Fall, äh, Barlinge mit drin gewesen, viel, viel Mittelstadt dabei gewesen und eben, ja, Behind the Scenes dran gewesen, Doku-Style, schönes Ding, 26 Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen, das war vielleicht sogar ein Tacken langwierig, äh, also, ich glaube, die letzten VfB-Folgen in dem Stil, waren übrigens sechs Minuten lang das letzte Format, also, auf jeden Fall schon mal deutlich besser, 26 Minuten, aber die hatten, glaube ich, Mittelstadt und so sehr lange und sehr, sehr viele, äh, Interview-Passagen, also, für mich hätten auch 20 Minuten gereicht oder so, aber finde ich schon mal eine gute, äh, gute Planung, dass man da auch das Ding länger laufen lässt, ähm, hat gesehen, wie nah das ist, Hoeneß hat und darf, äh, begrüßen, so Geschichten, wie nah man da dran ist, ähm, fand ich schon sehr, sehr geil, auch wirklich hochwertig produziert, auf, wenn die produziert, ne, selbst einen Spieler verkabelt beim, beim Training und so Geschichten, einfach wirklich sehr, sehr starkes Ding, muss ich sagen, was da aufgefallen ist, es war auch so rund um diesen Endo-Abgang, ich weiß nicht, ob es da mit Absicht war, ob sie es irgendwie vergessen haben, ähm, aber wir haben tatsächlich, äh, das 4-0 von Endo rausgelassen, wir haben jedes Tor gezeigt vom Balingenspieler, aber das 4-0 haben sie rausgelassen von Endo, weiß nicht, ob das jetzt gewollt war oder nicht, weil sie schon wussten, da, Endo ist weg, wenn es rauskommt, oder ob es einfach nur Zufall war, ähm, Fanshop, ist auch ein wichtiges, witziges Ding, habe ich hier gesehen, auf Twitter irgendwann, ich glaube, der Fanshop benötigt auch eine Renovierung, weil aktuell klebt draußen, Thiago Tomas, Vataro Endo und Konstantinos Mafropanos kleben, in verschiedenen Trikotsätzen, äh, ja, groß am Fanshop vorm Stadion, keiner mehr da, also da braucht es auf jeden Fall, äh, eine Renovierung, ähm, drittes Trikot, das natürlich brandaktuell, heute früh rausgekommen, ähm, Nr. 1, am 22. August haben sie es geschrieben gehabt, da quasi angekündigt in einem VfB-Artikel online, ähm, dass der VfB in diesem dritten Trikot auflaufen wird, im Ausweichtrikot auflaufen wird, in Leipzig heute Abend, ähm, Trikot ist dem 90-jährigen Bestehen des Stadions gewidmet und enthält entsprechende Design-Elemente, da gab es so einen leichten Teaser, äh, äh, über Instagram schon, auch gestern Abend noch mal einen Teaser, mit Moishi, der das Trikot schon mal, äh, bestickt hat, ähm, da auch viele gedacht, ah, ist das schon die Stiller, Stiller-Announcement, also ich nehme jetzt schon ein bisschen Sachen weg, kommen natürlich nachher noch mal vor Panos und Stiller zum Beispiel die Themen, ähm, aber manche dachten, Stiller-Announcement schon, aber ne, 20 bekommt wohl Stärky-U, ähm, der hat natürlich auch später noch Thema, äh, auch noch nicht besprochen hier auf dem Kanal, aber natürlich auch schon länger offiziell, der Kollege, und jetzt dann heute Morgen, ich glaube, 11 Uhr oder so war das, äh, kam dann das Trikot offiziell raus vom VfB, äh, Verkaufsstart ist der 14. September, also braucht er noch ein bisschen, bis sie da eine gewisse Grundlage herstellen können, also gut, herstellen passt ja genau schon das Wort herstellen können, ähm, und das Trikot grün, äh, so türkisgrün, ja, in die Richtung, ähm, ja, Wappen haben sie dann in schwarz-grau gemacht, in schwarz gemacht ist das Wappen drauf, Brustring auch schwarz, Winne-Max oben drauf, sonst sieht das schon echt, sieht schick aus, sieht echt, echt schick aus, muss man sagen, ähm, schön die Silhouette vom Stadion, auch unten vom älteren Stadion noch, das ist schon echt ein schickes Teil, ähm, natürlich ein paar Bilder mit, mit, äh, Günter Schäfer und so, deswegen bin vor allem mal voll abgespannt, wie es dann aussieht bei den ersten Spielerbildern, wenn sie Spieler tragen, aktiv im Spiel, äh, aber sieht schon, sieht schon echt, äh, echt schick aus das Ding, Design-Elemente eh immer geil, wie gesagt, das Heimtrikot, plus natürlich auch das dritte Trikot, weil selbe Design und verschiedene Farben, aus der letzten Saison, ist wirklich ein All-Timer, absolutes Weltklasse-Trikot, und dann hier sowas zu übernehmen, finde ich schön, Stadion draufgepackt, finde ich auch schön, Farbe, finde ich auch in Ordnung, das dritte Trikot, ähm, und wir, glaube ich, müssten ja auch eine gute Erinnerung haben, an dritte Trikots, oder an dritte, an grüne Trikots, meine ich, haben, weil, wann war es 2021, glaube ich, ne, kann mich zumindest an so ein 4-1- oder sowas in Augsburg erinnern mit dem grünen Trikot, und ich meine, wir hätten mit dem Trikot auch immer gewonnen, oder zumindest nie verloren, kann natürlich auch sein, dass wir dann irgendwann doch mal ein Spiel verloren haben, so oft haben wir es ja nicht getragen, auf jeden Fall gute Erinnerungen an den VfB in grünen Trikots, das meine ich damit, ähm, was ein paar Leuten nicht gefällt, äh, was ich auf den ersten Blick auch nicht so geil finde, ist der klassische Jako-Kragen, weil der ja auch hier irgendwie nicht so direkt übergeht in dieses, in diese Farbe, sondern es hat halt die Farbe vom, vom Brustringer und vom Trikot, weiß ich nicht, ob es so, den, den, den Kragen da so hervorheben muss, weil er eh schon so vielen nicht gefällt, aber sonst wirklich ein, ein schmuckes Trikot, würde ich sagen, und zum Abschluss von dem Vereinspart, äh, Thomas Krücken, die Meldung kam, auch so ein bisschen aus dem Nichts fast, also es kam ein kurzer Gerücht, äh, und dann, äh, war es schon quasi offiziell, äh, NLZ-Direktor Thomas Krücken verlässt den VfB, und Leiter der Jugendakademie von Manchester City, muss man auch sagen, Leiter von dem gesamten Bums, also das ist schon ein sehr, sehr krasses Statement, äh, Modalitäten werden aktuell besprochen, ebenso die Nachfolgeregelungen im NLZ, also auch klare Geschichte von, der ist jetzt nicht quasi schon, wann wurde es offiziell 14. August gesagt, der ist jetzt nicht schon bei City, sondern der, äh, er wird noch, ne, nach Nachfolgeregelungen geschaut und Einarbeitung von dem Neuen und sowas, und dann irgendwann geht er dann, eben zu City rüber, ähm, absolutes Zeichen, was er hier für eine tolle, äh, tolle Arbeit geleistet hat, was er generell für einen guten Ruf hat, wenn er bei Main City das, das, die Akademie leiten darf, schon ein sehr, sehr großes Statement und cooles Ding für Thomas Krücken natürlich, für uns natürlich ein herber Schlag, mal gucken, wer da jetzt der, der Nachfolge, äh, Kandidat wird, äh, wer ihn, wer ihn ersetzen wird, ähm, auch die Früchte seiner Arbeit wird man erst später sehen, eine Jugendarbeit mit U16 und so, U17, diese, diese ganzen Jahrgänge da, äh, ich meine, wir wussten, er war davor bei Mainz, davor bei Hoffenheim, er war von 2000 bis 2001, ein Jahr lang war er Trainer in der Main City-Jugend, auch irgendwie witzig und dann kehrt er da jetzt tatsächlich, ja, nach 22 Jahren nach, äh, Manchester zurück. Wir machen weiter mit, ja, Titel Mini-Gerüchte, habe ich es mal genannt, Nummer 1 ist D. Juan Jones, wenn man es so ausspricht, keine Ahnung, ähm, sagt Mini-Gerüchte, weil das alles hier, manches ein bisschen heißer kocht, aber vieles halt wirklich sehr oberflächlich oder in dem Sinne eben eine Quelle oder ein Twitter-Post, oder ein Transfermarkt.de-Gerücht mal, deswegen, aber trotzdem zum Abhaken, damit hier keiner, keiner kommen kann, von wegen, wie der Name wurde hier nie, nie besprochen, auf einmal ist er da, sondern wirklich alles mit dem, was man irgendwie finden konnte zum VfB, gerade im Sommer, ist da natürlich sehr viel dabei, ähm, ist, ja, Linksverteidiger, ähm, sieht aus nach MLS, aber dazu kam auch wirklich nicht viel mehr, 26 Jahre alt, ja, keine Ahnung, wir hatten wohl schon letztes Jahr Interesse, schreibt ESPN, aber mehr kam zu ihm ja auch nicht, El Fadli ist einer, äh, Mittelfeldspieler, äh, recht günstig, eine Million von Magdeburg, der wohl nächsten Schritt machen will, und da natürlich, Bundesliga ist nächster Schritt immer groß, äh, HSV auch ein Gerücht, aber da will er wohl nicht hin, oder will auch Magdeburg ihn nicht hinverkaufen, aber auch zu ihm gab's nicht wirklich viel mehr nähere Gerüchte, Alex Brass ist einer, ähm, der wohl Sturm Gras, äh, verlassen wird, ähm, nochmal eine aktuellere Meldung auch, dass hier wohl Verhandlungen mit einem Klub weit fortgeschritten sein sollen, ich glaube genau, ein Klub wurde nie genannt, aber wir waren mal irgendwie ein Artikel mit drin zu ihm, ist auch so, so Richtung Wingback, so Richtung Sosa-Ersatz mäßig, so links, links kann er zocken, aber irgendwie glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch eher offensiver als defensiver, äh, auf der Bahn, also wirklich mehr und minder auch ein Sosa-Ersatz, Sosa hat ja auch eher seine Stärken in der Offensive, ähm, hier genau, Stuttgart und Udinese wurden hier genannt, Straßburg auch, ähm, aber wie gesagt auch da, keine näheren Quellen, plus eben auch, kann man auch sagen, was man will, aber eben auch keine Quellen, sag mal vereinsnah, jetzt kein Sky, kein Kicker, kein STN, kein STZ, kein Bild, ne, so Geschichten, haben das alles nicht aufgegriffen bisher, ähm, Tanaka, ein Name, der auch schon lange, äh, rumgeistert, weil er irgendwann mal genannt wurde, auch zu ihm kein, kein wirkliches Gerücht zu uns, sag ich mal, äh, aber eben ein Name, der weiter in der Luft hängt, eben auch als Mittelfeldersatz, als Endoersatz, auch Japaner, Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf, um wer wohl auch verhältnismäßig günstig zu schießen, vielleicht irgendwie 3, 4, 5 Millionen, mal gucken, aber ihr seid auch zu ihm nichts Genaueres, das war ein ganz wildes Ding, auch irgendwie eine Exklusivmeldung von irgendeinem Random auf Twitter, die genommen wurde, dass wir wohl sehr wahrscheinlich Muslia verpflichten von Paderborn, 15 Jahre alt, auch wieder Mittelfeldspieler, würde ja auch Wurgemut dann kennen aus seiner Paderborn-Zeit, aber, na, das hier stand 17. August, da hieß es ja, sehr wahrscheinlich und es ist absolut nichts passiert, es ist um das, na, wie gesagt, Mini-Gerüchte, die Abteilung hier, Tigo Demme, interessantes Ding, an dem war man ja auch schon mal interessiert, laut Gerüchten, die Hertha seit Wochen dran oder seit Wochen hängt es da irgendwie in Luft, aber jetzt dann auch, das Ding ist geplatzt, also so wurde berichtet jetzt erst vor kurzem, dass Demme wohl der Hertha abgesagt hat, das wäre für uns nochmal interessant, mal schauen, später natürlich noch ein anderer Name, wird stiller, der natürlich noch viel, viel interessanter ist, aber vielleicht schaut man ja auch nach doppelter Absicherung, Demme von Neapel, ich glaube, viel Geld auch, würde auch nicht kosten, weil Hertha war ja auch dran, als zweitiger ist das noch nicht viel Kohle, der würde auch recht kostengünstig, glaube ich, vielleicht zu schießen sein, Christian Jakic, dann noch einer, der nicht Mini ist, aber halt auch ein Gerücht ist, was jetzt nicht weiter fortgeführt wird, vermutlich, Skypen in die Runde geworfen zum Beispiel, wir waren wohl interessiert, ging um Laie und Kaufoptionen vielleicht, 7 bis 8 Millionen geht es da, hat nicht so richtig einen Stammplatz in Frankfurt, aber trotzdem wichtig im Kader, wichtig als Kaderspieler, also einfach als Lückenfüller, kann ja auch viele Präsidionen spielen, Zentralis-Bittelfeld, er kann auch rechten Innenverteidiger geben, dann gab es die kurze Geschichte, dass er nicht nominiert wurde für den Conference-League-Kader, europäisch für Frankfurt, da ist ja jetzt ja dann gestern Abend, die erstes Conference-League-Qualifikationsspiel, aber dafür wurde er auch nach nominiert, das ist auch das Thema irgendwie aus der Welt, und zu ihm, glaube ich, auch nichts Näheres, wie gesagt, auch eben gerade in Hinsicht dann später zu Stiller, Chil Dias ist noch so einer von der Abschussrampe, sage ich mal, jetzt ohne es böse zu meinen, genauso wie auch ein Momo Sisea, aber zu dem gibt es, glaube ich, überhaupt gar keine Gerüchte, aber zu Chil Dias gab es ein Gerücht, sogar ganz groß von Fabrizio Romano hochgekocht, das Gerücht, dass Al-Kalei dran sein soll, also ihr hört schon raus, Saudi-Arabien, aber auch da, die ersten Witze kamen sofort auf, ganz klare Geschichte, Saudi-Arabien, geil, kriegt man vielleicht sogar mehr Kohle als nötig, oder als er wert wäre, der gute Chil Dias, aber dem ist es wohl nicht so, die haben nicht so viel Kohle in der Bank, haben auch nicht so viel Kohle ausgegeben, bisher der Verein dort, ich glaube 1,37 Millionen, das höchste, was man gesehen hat von ihm, und der Kicker sagt jetzt auch, Stuttgart statt Wüstenstart für Chil Dias, dass das wohl doch auch nicht so weit fortgeschritten sein soll, rund um Chil Dias, aber mal gucken, Saudi-Arabien hat Interesse, schon mal kein schlechtes Ding für uns, grundsätzlich, dass Klubs gibt, die Interesse haben an Chil Dias, weil wir wollen hier offiziell loswerden, das ist ja ganz klar, so wie es aussieht, aber jetzt mal gucken, ob Saudi wird oder nicht, Balikwisha, Mikkel Ange Balikwisha, ist auch einer, der reingeworfen wurde, ich glaube auch von der Bild reingeworfen wurde, von Royal Antwerpen, 6 Millionen Mark, wäre der Kollege, 22 Jahre alt, ja, also Talent, links außen, 1,78 groß, Bergen U21 zockt da auch, einer, der vielleicht ein bisschen überraschend kommen würde dann, weil linker Flügel, oder links außen, offensivspieler, kann auch hängende Spitze rechts außen zocken, laut Transfermarkt.de, wir haben ja in Offensive ja schon, doch schon einiges am Start, das wäre schon so ein bisschen überraschend, aber, kommen wir auch später dazu, vielleicht schaut der VfB trotzdem nochmal in die Offensive, wie gesagt, nochmal auch ein kleiner Punkt zu Transferplanung, was da so ein bisschen rausgegeben wurde, von Bild und Co., auf jeden Fall interessanter Name, mal gucken, ob die Royal Antwerpen waren, die, die sogar noch eine Chance haben, auf Champions League, oder auf europäischen Wettbewerbs, wird es natürlich dann auch ein bisschen lindern noch, oder die Wahrscheinlichkeit lindern, dass er zu uns wechseln würde, wenn er eben bei denen europäisch spielen kann, aber, ein Name, den wir uns vielleicht merken können, und dann Sanko haben wir auch noch, war im Kader, gegen Bochum, aber eben nicht zum Einsatz gekommen, Milosevic wurde eingewechselt, er nicht, und nun soll wohl der polnische Meister, Rakow, oder Rokow, ich habe es hier nur auf polnisch gerade die Seite, sorry, also hier steht Rakow, das ist der polnische Meister, soll wohl interessiert sein, an Mohamed Sanko, denke abgeben, ist hier ausgeschlossen, wahrscheinlich wieder die nächste Laie, aber wie gesagt, ist eine polnische Quelle, ohne jetzt auch das schlecht reden zu wollen, aber bisher nur eine polnische Quelle, hat irgendwie kein anderer bisher aufgegriffen, deswegen mal schauen, aber vielleicht könnte es sogar passieren, dass wir Sanko mal wieder verleihen, dann noch ein bisschen Name-Dropping, hier drei Stück, weil ich glaube alle, so mehr oder minder, irgendwie über Transfermarkt.de und so, über so Insider-Gerüchte kam, Adrian Leon Barisic ist einer, Innenverteidiger von Basel, geboren in Stuttgart, 1,92 groß, natürlich Thema Dinosersatz und sowas, aber jetzt haben wir ja Stergio geholt, zwei Millionen marktwert, zieht auch nicht, ich sag mal, man hat gesagt, wir wollen einen Kaliber Mavropanos holen, einen Kaliber Endo holen, plus eben Stergio, der später noch besprochen wird, dann als Backup aufbauen und der hier klingt auch eher, dann als Kategorie als Backup aufbauen, dann haben wir vielleicht, ja quasi Stergio schon, statt eben Barisic, der nächste ist Koray Günther, dreieinhalb Millionen marktwert, war glaube ich schon mal in Gerüchten, von Hellas Verona, deutscher, deutscher, ehemaliger U20-Nationalspieler, 29 Jahre alt, ein bisschen erfahrener schon, ob das jetzt der Dinosersatz ist, nachdem man sucht, ist auch die Frage und als Letzter noch, natürlich der, auch wieder interessant, aber auch wieder Thema, eher im Hintergrund aufbauen und Talent, als vielleicht der direkte Dinosersatz, ich meine, den finden wir sowieso nicht 1 zu 1, aber ich meine, von Kaliber her, vom Namen her, vielleicht auch von der Ablöse her, aber hier haben wir Barschir Humphreys, JCO 21, letzte Saison ausgeliehen gewesen, an, der Rückrunde ist sogar nur ausgeliehen gewesen, an Paderborn, hat sich da glaube ich gar nicht mal so schlecht gemacht, 3 Millionen Mark wert, junger Mann, auch in den Gerüchten gewesen zu uns, mal gucken, ob es dazu, wie zu allen hier, generell noch irgendwie ein bisschen mehr kommt, aber ich wollte es ja auf jeden Fall angesprochen haben. Dann kommen wir zu Namen, bevor wir gleich zu großen Namen kommen, ohne da jetzt irgendwie Spieler irgendwie runterreden zu wollen, erst mal so ein bisschen gegliedert, Milosevic, Nummer 1, gerade schon angesprochen, wurde eingewechselt in, im Ligaspiel gegen Bochum und da ein bisschen Nase vorne aktuell vor Sanko beispielsweise in dem Sinn und hier auch nochmal bestätigt worden, dass derzeit mit Milosevic, ja, dass man zufrieden ist und man ihn nach aktuellem Stand nicht verleihen will und ja, trotz eben dem, dass er im Kader eine große Konkurrenz hat und eben auch interessant, er hat ja weiterhin eine fehlende Spielberichtung für die zweite Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr genau, weshalb, wegen irgendwie Alter und Nation und hier und da, ganz komisches Ding, aber auf jeden Fall darf er nur bei uns den Profis zocken und trotzdem wird man ihn wohl aktuell halten. Pfeiffer hat man nicht gehalten, war auch irgendwo klar, war nur die Frage, an wen und ob man ihn, ja, in Anführungszeichen, losbekommt, hat man jetzt getan zu Darmstadt, Rückkehr für Pfeiffer zu Darmstadt, von denen kam er ja und ist nun für ein Jahr ausgeliehen nach Darmstadt, passt auch zu denen, weil Tietz ja auch verloren bei denen vorne drin an Augsburg, das heißt, er hat seine Spielzeiten bekommen, der Kollege, Stergio, da sind wir jetzt endlich, Leonidas Stergio, wenn man ihn so ausspricht, sagen wir mal Stergio, ist neu beim VfB Stuttgart, die Gerüchte bei ihm waren auch schon lange da und dann wurde es dann irgendwann offiziell diese Woche, ein Jahresleihe plus Kaufoption, hier der Blick, also aus der Schweiz, schreiben sie sogar von Kaufpflicht oder haben mal von Kaufpflicht geschrieben, Kicker nennt hier Zahlen, 100.000 Leihgebühr und 2 Millionen Kaufoptionen, das ist auch alles sehr, sehr überschaubar, Marker von 3 Millionen, 21 Jahre alt, 1,81 groß, Innenverteidiger, Schweiz, auch Nationalspieler, sogar glaube ich auch Kapitän von der U21-Nationalmannschaft, von der Schweiz da hinten drin, kann auch rechter Verteidiger spielen, also ich Backup für, also Backup und verspreche für die Zukunft, dann nach Mavropanos und eben ist auch aktuell dann von Jürgen hinter Anton, hinter Stenzel, hinter Wagnoman, weil er eben auch rechts spielen kann, sehr interessantes Ding, klingt nach einem guten Jungen, auch sehr interessant in seinen, gibt es immer so Antrittszitate, auch da wie immer sehr geil zu lesen, natürlich müssen sie es irgendwo auch sagen, aber irgendwo müssen sie es auch nicht, sie können es auch noch formaler machen, und auch ehrlich gesagt, er freut sich unglaublich hier zu sein, schönes Gefühl bei so einem Verein, wie dem VfB in Vertrag unterschreiben zu dürfen, auch hier sehr geil, ich habe mit Shattak Akkolo ein paar Worte gewechselt und nur gut, dass er bei dem Verein und seinen überragenden Fans gehört, weil Akkolo ja auch aktuell bei St. Gallen und natürlich auch Ex-VfB-Spieler, also auch da eine sehr geile Connection, ich glaube auf den Mann können wir uns auf jeden Fall freuen, im VfB schreibt er immer nicht mit rein, dass es eine Kaufoption gibt, aber St. Gallen hat auch offiziell bestätigt, dass es eine Kaufoption gibt für uns nach dem Sommer eben, ja, ich glaube, das kann ein rundes Ding werden mit Stelgio, war auch schon wohl im Stadion gewesen gegen Bochum dann und ja, so aus der anderen Sparte noch, wer das immer wieder gezockt hat, FIFA-Karrieremodus, vielleicht auch einen anderen Karrieremodus spielen, keine Ahnung, vor allem in FIFA ist das auch schon seit jeher, seit Jahren ein Riesentalent immer wieder, deswegen, auf denen kann man glaube ich schon Bock haben, auch von vielen anderen Leuten, die ihn so in seiner Karriere bisher begleitet haben, wird man Gutes, deswegen, spannender Mann. Dann kommen wir auch zu den großen Namen, ungefähr ein bisschen größeren Namen einfach in der Rangordnung, Enzo Mio, Nummer 1, hat auch irgendwo ein Zitat abgelassen noch, das ist natürlich, bevor es bei Spielig ist, irgendwas auszuschließen, man weiß nie, was genau kommt, aber er habe gerade keinen einzigen Gedanken an einen Wechsel, er hält auch nicht Ausschau danach, voller Fokus hier, Familie fühlt sich wohl, mit dem Trainer fühlt er sich wohl, mit dem Verein auch, zu dem Bundesliga, tolle Liga mit vollen Stadien, ja, hat aktuell keine Ambitionen zu gehen, das ist auch schon mal ein sehr gutes Zeichen, Hiroki Ito, der ist natürlich auch brandaktueller, war immer wieder in Gesprächen mit Ajax und so Geschichten, da auch dann irgendwann klar geworden, es wird immer unwahrscheinlicher, dass Ajax den wirklich zieht, weil sie ja auch neue Spieler verpflichtet haben, da hinten drin, und jetzt dann auch beim VfB verlängert, bis der Vertrag bis 26, nun Vertrag bis 27, ein Jahr verlängert, also war jetzt in dem Sinn nicht 100% nötig, direkt zu verlängern, weil 26 eh schon eine gute Länge noch war, aber natürlich für ihn wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, er kriegt natürlich mehr Gehalt jetzt, sowas kommt einher mit einer Verlängerung, plus, wie die Bild berichtet, was auch irgendwo logisch ist, hat er eine Ausstiegslausel drin, sehr, sehr wahrscheinlich, der VfB schreibt sowas natürlich nicht offiziell rein, dass er eine hat, aber sehr wahrscheinlich, das heißt also als Zeichen auf jeden Fall schön, weil ich glaube, das schließt dann zumindest aus, dass er diesen Sommer noch geht, wenn er jetzt seinen Vertrag verlängert, ist die Frage eben auch Nummer 1, was steht da drin in der Ausstiegsklausel, wie hoch ist die, weil wir hatten auch mal Gerüchte, dass man mit Ito ja auch schon vorweg jetzt schon mal wegen Ajax auch verlängern wollte, und dann gab es die Gerüchte, dass er, oder die Berichte, dass ihm eine Ausstiegsklausel vom VfB, die der VfB reinschreiben wollte, zu hoch war, gucken wir uns jetzt eine gefunden haben, die ihm passt, ich meine, es ist ja immer die Frage, ist eine eingebaut, wo du genau weißt, okay, der geht halt nächsten Sommer für 25 oder so, oder eine, wie bei Mafopanus jetzt zum Beispiel, die quasi so ein bisschen über dem angesiedelt ist, wo man aktuell von ausgehen könnte, dass er wert ist, und Mafopanus, wie gesagt, später noch 20 plus 5, und Ausstiegsklausel war, ich glaube, bei 30 Millionen, das heißt bei Ito, wenn man sagt, ey, Ito ist uns, keine Ahnung, 30 wert, ist die Ausstiegsklausel vielleicht bei 35, das ist die Frage, wo sie liegt, und auch interessant natürlich, ob die auch an was gebunden ist, ob es eine Ausstiegsklausel für eine gewisse Liga gibt, ob es eine Ausstiegsklausel erst ab einem gewissen Jahr gibt, gab es ja auch bei Quadriol zum Beispiel, oder bei den Kunku auch bei Leipzig, dass man eben sagt, ja, Ausstiegsklausel bekommst du, aber die kann man erst dann im nächsten Sommer ziehen, oder vielleicht sogar erst in zwei Sommern ziehen, oder sowas, viele offene Fragezeichen da bei dem, bei der Geschichte, auf jeden Fall, ein schönes Zeichen, dass Ito sich noch weitergebunden hat, gleichermaßen natürlich auch irgendwo Zeichen, oder nicht unbedingt eine Garantie, dass dann auch bis 27 da ist, das ist ja auch ganz klar, mal gucken, was da noch dann näher rauskommt, zu Ausstiegsklausel und Co., und natürlich jetzt hier, Konstantinos Mavropanos, hier nochmal die Eckdaten, auch wenn es die Gefieder schon 15 Mal gesehen hat, 20 Millionen Sockelablöse garantiert, 5 Millionen Bonuszahlungen noch möglich, und 10 Prozent gehen an Arsenal, das die offiziellen Zahlen von Fabrizio Romano, von allen, kurz ein bisschen Hackmack gewesen, auch bei mir in Instagram, sorry, Hackmack gewesen, weil es hieß, dass er sein Medical, sein Medizincheck nicht bestanden hätte, was Quatsch war, hat er bestanden, das Ding ist offiziell, verletzt den VfB, hat auch wirklich auch mal eine längere Abschieds, Abschiedsartikel und Instagram-Posts und sowas bekommen, vom VfB und Grafiken bekommen, wie auch bei Endo, also merkt man schon Unterschiede zwischen Spielern und eben deren Standing hier im Verein, drei Jahre hier gewesen, auch hier nochmal festzuhalten einfach, der wurde ausgeliehen für zwei Jahre, verpflichtet für 3,2 Millionen, ich glaube mit Leihgebühr sind es irgendwie 3,9 oder fast 4 Millionen irgendwie um den Dreh, und du kriegst für den jetzt im besten Fall 25 oder auf jeden Fall aber mindestens 20 Millionen, schon der absolute Mega-Deal, auch damals Misslinter-Transfer noch, den für knapp 3 Millionen ein bisschen mehr zu bekommen, saustarker Deal, letzte Saison schreibt er selbst bei VfB mit rein, letzte Saison der beste Zweikämpfer gewesen, beste Zweikampfquote im Schnitt in der gesamten Bundesliga, Top-Verteidiger, einer der auch immer wieder einfach, na, auch einfach angezündet hat, angezündet hat, mit einzelnen Aktionen, mit dem geilen Technik, mit der geilen Krätsche, mit einem, zum Beispiel dieser Run da gegen Hoffenheim, das Tor gegen Hoffenheim, wo er ab dem Mittelkreis einfach mal durchrennt und das Ding reinjagt, der konnte Fans anzünden, geiler Typ, klar, am Anfang vor allem auch verletzungsanfällig gewesen, sonst auch wirklich immer recht stabil für die in den Leistungen, einfach eine Kante hinten drin, geiler, geiler Typ, deswegen kann man ihm auch nur alles Gute wünschen, jetzt bei West Ham, war in der Liga natürlich nicht mehr so stark, West Ham in den letzten Jahren, aber jetzt auch gut zugelegt in dem Sommer und eben letztes Jahr konfliktig gewonnen, das heißt, der Kollege spielt Europa League, also sehr, sehr geil, der war vor Panos auch sich bedankt und bei ihm interessant, in seinem Statement auf Instagram hat er dann geschrieben, ja, dass er, ja, hat auf Wiedersehen gesagt, ne, also kein Tschüss oder sowas, aber wirklich auf Wiedersehen, mal gucken, ob ich irgendwann später nochmal mit Dinos, ja, beim VfB zurücksehen, in anderen Konstellationen, ob er als Spieler, keine Ahnung, aber vielleicht irgendwie in anderer Form, auf jeden Fall, ich glaube, einer, der sich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt hat, in der VfB-Familie, uns ja auch viel zu verdanken hat, ne, von Arsenal rüber, jetzt eben die Erwicklungen genommen hat, Nationalspieler, jetzt eben zurück nach England für den großen Move, äh, auch sein Wunsch gewesen ist, irgendwie zurückzukehren, sehr, sehr krasses Ding und kann man ihm auch nur gönnen, finde ich, ähm, Borna Sosa ist der nächste, da wird es dann schon ein bisschen interessanter, ähm, die AS ist das, glaube ich, als Quelle hier, genau, die AS ist eigentlich eine recht gute Quelle, da aus Spanien müsste das dann sein, weil Gerüchte natürlich immer wieder gewesen um Sevilla, äh, die verkaufen wohl Acuna, haben auch gelesen, dass er verletzt sein soll, aber es soll wohl, äh, egal sein, er soll wohl trotz Verletzung, äh, den Verein verlassen Acuna und damit wird der Platz frei für Sosa, ich glaube auch Augustin, so haben es auch verdient Sevilla, also der Linksverteidiger Posten wird auf jeden Fall freigeräumt für irgendjemanden und es könnte wohl Borna Sosa werden, Problem ist hier nur, die Ablöse, weil was man da liest, sind sieben Millionen, in diesem AS-Artikel stehen sieben Millionen, ich habe jetzt die Stats hier gerade nicht mehr aufgerufen, aber wir wissen alle, wie stark Borna Sosa gerade, was Flanken angeht, ist, was eben auch die Vorlagen angeht, ist in der Bundesliga ein Topwert, äh, in Vorlagen, sehr weit oben mit dabei, hat seine Waffen, klar, hat auch seine Defensivprobleme, vielleicht ist auch, oder was heißt vielleicht, bei so Angeboten merkst du das ganz, ganz klar, vielleicht der Zeitpunkt für den Riesenwechsel, für ihn auch persönlich vorbei ist, ich glaube, die Zeiten, wo man dann irgendwann im Winter irgendwie 30 Millionen bekommen hätten für ihn, sind glaube ich vorbei, das heißt, jedes Transferfensterkandidat für den Abschied immer hinten rausgezögert, auch oft eben auch aus dem Grund, wie es berichtet wurde zumindest, ähm, dass er den Verein erst verlassen will, wenn der klassenheitssicher ist und sowas, also auch einer da, dem ich die VfB-Identifikation 100% abnehme, bleibt auch oft gesagt, dienstältester Spieler, ist der Spieler, der am längsten bei uns im Kader ist, seit 2018, 18 bei uns im Kader, ähm, oder 17? Ne, doch, seit 2018, seit 2018 im Kader, ähm, ich glaube, danach kommt dann Bredlow als, äh, ab 2019 als Zweitdienstältester, also, der typischen VfB pur mittlerweile, ähm, aber 7 Millionen, das ist schon, das ist schon, das kannst du auch bleiben lassen, dein Scheiß, also jetzt aber ohne Witz, für einen Bagger bekommt Leverkusen 10, nehme ich immer nur gerne als, als, äh, vergleichswert, 7 Millionen für Borna Sosa, ich meine, ich verstehe, dass du für ihn vielleicht keine 20 mehr bekommst, irgendwo bei 15 war er, im Winter gab es irgendwie 13 Millionen Angebot von Leverkusen, finde es schade, finde es auch weiter nicht ganz verständlich, weil er hat immer noch, eigentlich, ja, noch einen recht langen Vertrag, er hat immer noch Qualitäten, immer noch Nationalspieler, dritter geworden, bei der WM mit Kroatien, also immer noch einen Namen, eigentlich auch in der Bundesliga, Top-Stats abgeliefert, dass wenn du nicht so viel bekommst, wie manche vielleicht in England oder so bekommen, für ihre Spieler, unverhältnismäßig ist auch klar, aber so 15 oder so, hätte ich mir schon noch gerne gesehen, bei Borna Sosa, dass man da jetzt nur noch die Hälfte bekommt, ist schon krass, also 7 Millionen, ist so eine Summe, wo ich sage, die kannst du wirklich nur machen, wenn du von, was natürlich auch scheiße wäre, aber wenn du von Borna Sosa, dem wird ja auch so ein bisschen gerade Rang abgelaufen, von Hiroki Ito, muss man ja auch mal sagen, als Dingsverteidiger, den kannst du eigentlich wirklich nur für 7 ziehen lassen, wenn dir wirklich von Sosa ganz, ganz klar das Zeichen gegeben wird, auch dem VfB gegenüber, Wohlgemut gegenüber, wem auch immer, ganz klar das Zeichen gegeben wird, ich will wechseln, ich habe keinen Bock mehr, hier zu sein, weil dann natürlich, Reißen ist aber nicht aufhalten, bla bla, bringt dir ein Spieler nichts, der hier dann über 34 Spieltage mit einer Null-Bock-Einstellung auf der Bank sitzt, dann, aktuell ja Ito eigentlich vor ihm, auf der Bank sitzt, dann hilft er dir auch nichts, dann lieber verkaufen, aber 7 Millionen sonst ist ja absolute Frechheit, das ist ja nichts. Ich habe jetzt gerade ein bisschen lange dran rumgedruckst, irgendwie die richtige Aussage rauszubringen, aber ich sage es einfach so, das ist ein Witz, 7 Millionen ist ja gar nichts, was ist das? 7 Millionen? Also come on, Alter, 7 Millionen? Ich glaube, für Akula haben wir damals, ich glaube, 6 gezahlt, wo wir jetzt ihn vorhin, ich glaube, gerade noch hier mit drin hatten, thematisch. 7 Millionen ist nichts, also Sosa will ich trotzdem weiterhin meine 15 Millionen sehen. Ich glaube, wir müssen unsere, klar, wir müssen unsere Erwartungen ein bisschen runterschrauben, ist okay, aber ich will ja schon gerne 15 sehen, also 7 Millionen ist ja gar nichts. Aber wie gesagt, um das nicht länger zu machen, als es sein muss, wenn du den wirklich für 7 Millionen, irgendwas gelesen, auch von 8 plus 3 Boni oder sowas, für so wenig ziehen lässt, dann wirklich nur, wenn dir klar ist, der Mann ist hier ein Jahr lang da und will hier überhaupt nicht da sein und ist nur stinkig und will nicht spielen und hier und da, dann okay, dann lieber Geld mitnehmen, als sie einen so haben, in einem Jahr lang hier für nichts da ist. Aber sonst ist das wirklich absolut gar nichts. Auch da wieder dasselbe Disclaimer, kein Bild, kein Sky, kein Schickernachrichten, kein, was weiß ich nicht alles, Kicker, alle noch nicht berichtet darüber, deswegen auch da ist, mal abwarten, aber 7 Millionen ist schon nichts. Wataru Endo, haben wir schon besprochen, da habe ich mich auch sogar für ihn nochmal im Hotel in Dissabon hingesetzt gehabt, also auch da schon alle zu allen Formalitäten angesprochen, glaube ich, wirklich quasi genau das gleiche wie bei Mafopanas, 20 Millionen plus ein paar Boni, aber bei ihm noch ein bisschen interessant, noch ein bisschen was nachzuliefern quasi, habe angesprochen gehabt mit seinen Top-Werten, die nenne ich ja auch nochmal, seit seinem Bundesliga-Debüt im September 2020 unter allen Mittelfeldspielen der Bundesliga die meisten Zweikämpfe, die meisten Minuten gespielt, die zweitmeisten Ballgewinne, die zweitmeisten Tacklings. Absoluter Motor, schreibt hier auch Opta Franz nochmal hier diese Datenquelle beim VfB, haben dann auch 133 Spiele gemacht, 15 Tore, 12 Vorlagen, das hier bei uns auch nochmal verabschiedet, auch da nochmal schön, ja man muss ihn nicht mögen und vielleicht überhype ich ihn auch selber, aber ich mag ihn einfach, mochte ihn einfach, das heißt beim anderen Verein mit Ajax, das ist ja auch ganz klar, aber Missländer hat auch nochmal unter dem Post, wo Endo sich in einem Video an VfB-Fans richtet, auf Instagram auch nochmal geschrieben zu ihm und sich bei ihm, ihn quasi Beglückwunsch und sowas, zu dem Transfer und dass keiner mehr verdient hätte und dass er ein Boss ist und dass er ein absoluter Leader ist und so Geschichten. Also nochmal schön zu sehen, dass er auch da, weil er einfach dabei ist, auch hier bei mir, bei meinem VfB, bei Instagram-Posts, auch er immer wieder am liken gewesen von ein paar Sachen, die thematisch gepasst haben. Der ist schon doch noch so ein bisschen auch im Kopf beim VfB und bei seinen Schützlingen, finde ich auch sehr, sehr schön, auch sehr geil. Auch das Video wieder ein absolutes Beispiel dafür, Jürgen Klopp, natürlich Liverpool, das ist England, das ist Premier League, da wird wirklich Transfers werden, der Announce ist einfach komplett alles dabei. Erstes Mal mit dem Trainer gesichtet, Salah klatscht zum ersten Mal ab mit ihm und hält bis ins Molldog und alles wird rausgejagt als Video. Da kannst du auch, vielleicht brauchen es manche nicht, aber auch da in Sachen Transferverkündigungen oder sowas, kann der VfB auch noch ein bisschen eine Schippe zulegen, finde ich, im aktuellen Social Media Game, sag ich mal, aber auch hier mitgefilmt, wie Klopp Endo begrüßt hat und Klopp ist halt wirklich, das ist ein Menschenfänger, das ist unglaublich. Also ich schaue mir das Video an und ich habe Bock, für Liverpool zu spielen. Ich meine klar, ich mag Liverpool sowieso, so ein bisschen mein Verein Nummer 2 nach dem VfB, natürlich mit weitem Abstand, ist ganz klar, aber so ein bisschen mein Verein Nummer 2 auch hier Sparschwein geprüft, habe ich auch in der Instagram, sorry, auch schon gepostet gehabt, dass ich mir jetzt auch ein Endo-Trikot gesichert habe, kommen jetzt auch die Tage an, ein Endo-Trikot von Liverpool, muss dann sein einfach, in dem Zusammenhang, so ein bisschen Liverpool-Fan und Endo und VfB, da muss das Trikot einfach sein, aber hierzu kloppt nochmal, das ist ein absoluter Menschenfänger, wie der mit Endo gesprochen hat, auch braucht gar nicht viel, seine Ausstrahlung, seine Art und Weise, abgeklatscht und sowas, ihn rangezogen und so Geschichten, wenn ich mir das vorstelle, ich bin da Endo und werde so von ihm begrüßt, wirklich, ich will sofort in fünf Minuten an diese scheiß End-Feed Road und ich will das spielen, absolute Menschenfänger und auch Klopp nochmal, klar, auch er nochmal ein anderes Bild auf Bundesliga und sowas, im Interview beim Liverpool auf YouTube nochmal gesagt, auch er, da ist ja Klopp auch ein ehrlicher Mann, der das auch so ein bisschen, natürlich auch Raff und sowas auch ausspricht, vielleicht zu anderen Tränen, vielleicht auch gesagt, ja, ist klar, ich weiß, wie der Fußball funktioniert, da stehen keine 60 Millionen drauf, da steht nicht der große Transfer drauf, da steht, das ist keiner aus der Premier League, das ist keiner aus der Champions League, ist einer vom VfB, aber schaut ihn euch an, gebt ihm eine Chance, schaut ihn euch an, have a look, ne, auf Englisch, schaut ihn euch an, der Mann kann was, ich habe richtig, richtig Bock auf den und das ist ja auch das Schöne, Liverpool-Fans, natürlich oft nicht alle, aber die weißen Liverpool-Fans verehren ja auch Klopp und deswegen auch da nach dem Motto, ey, wenn Klopp sagt, der Junge macht Spaß, dann habe ich auch Bock auf Wataro Endo, sein Debüt auch gegeben, ich glaube, recht unspektakulär, aber sein Debüt gegeben noch am Wochenende, sehr, sehr geil und damit kann man glaube ich, das Kapitel Endo auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen abhaken, wobei, hier nochmal eine Notiz hinten dran, ähm, scheinbar war die Bild-Info von damals falsch, äh, die hatten ja gemeint, dass irgendwie Endo verlängern wollen würde und der VfB doch zögert und erst nach Transferende, äh, scheinbar war es eher so, dass der VfB schon versucht hat, mit Endo zu verlängern, aber er hat schon ganz klar gesagt, ey, ich, meine Karriereplan ist doch ein bisschen anders, spätestens nächstes Mal würde ich dann doch gerne meinen Traum erfüllen und nach England gehen, also zu 24% Vertrag ausgelaufen wäre, jetzt eben der Schritt schon davor, weil so kriegst du nochmal Kohle, ne, wie gesagt, alles schon auch schon angesprochen, ähm, und muss auch ihn, zu ihm nochmal zum Abschluss sagen, hat auch schon viel gelobt, auch Liverpool, einfach geiler Verein und so und auch in dem Vergleich, äh, ich glaube, letzte Spieler, wo ich auch dieses Gefühl von Stolz hatte, von, boah, geil, was hat der für einen geilen Move gemacht und er verdient sich diesen geilen Wechsel auch, war, glaube ich, Sami Khedira zu Real Madrid, auch vom Standing her, boah, da geht ein Jugendspieler zu Real Madrid, das war damals so krass, dann war ich, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 oder sowas, also auch da nochmal von dem Ding aus, so selber, äh, im Dorfverein am Kicken und es hieß, boah, geil, komm mal gegen ein Jugendspieler von deinem Lieblingsverein geht zu Real Madrid, weil Jose Mourinho ihn will und das ist, glaube ich, so der, der zweite hinter Khedira in dieser Riege von absolut purem Stolz darauf, was Vataro Endo da jetzt für einen geilen Move nach Liverpool bekommen hat, weil der mal Anton war Vizekapitän, ist nun Nummer 1 Kapitän, auch absolut prädestiniert, perfekte Rolle, Anton übernimmt das Ding, finde ich sehr gut und sehr richtig auch, Siru Gerasi haben wir noch mit drin, ähm, da auch sehr erfreuliche, äh, Nachrichten, ähm, auch wenn es natürlich nicht vom VfB offiziell bestätigt ist, ne, ist ja auch ganz klar, aber eben die ganzen Quellen verdichten sich, äh, und, und, äh, ja, berichten es eben so, äh, Nummer 1 auch, was auch schon mal ein Zeichen ist, wie Gerasi jetzt auch sein Standing hier nochmal verändert hat, nach Endo-Abgang auch und wie wichtig er für den VfB ist, er hat das Wort an die Mannschaft gerichtet, nach dem Sieg, äh, gegen Bochum, ne, also nicht mal Kapitän, nicht mal, nicht mal Anton, ich weiß gar nicht, ob Gerasi in irgendeiner Kapitänsriege mit drin ist, ob der irgendwo jetzt, keine Ahnung, vielleicht dritter Kapitän ist oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht der Kapitän, sondern Gerasi hat das Wort gerichtet, ist ja auch erfahrener Mann, auch schon im Vergleich, ein älterer Spieler von uns fast, im Vergleich zu anderen Spielern bei uns im Vergleich zum Kaderschnitt, ähm, deswegen auch da ganz klares Zeichen, ähm, es gab hier ein kurzes Gerücht, äh, oder wurde zumindest berichtet, ähm, dass er auch einen, äh, Premier League Club abgelehnt hat, was war so ein bisschen sein Ziel ja auch Premier League, äh, hat er abgelehnt, Full-Aim wäre das gewesen, wo man auch da sagen muss, gibt vielleicht auch Leute, die das argumentieren, dass Full-Aim natürlich schon die größere Adresse ist dann, weil England und weil mehr Gehalt und größere Liga und blablabla, aber vor allem ist er natürlich jetzt auch kein Klub, der Europäisch spielt, der Champions League spielt oder sowas, ne, deswegen auch irgendwo logisch, wie jetzt Gerassi das dann ablehnt, ähm, und, äh, hier auch laut Sky-Infos und so weiter und so fort, ähm, hat er Angebote aus England abgeschlagen und er wird bleiben, er fühlt sich sehr, sehr wohl und er wird bleiben beim VfB Stuttgart, das ist die Meldung aktuell, Gerassi bleibt beim VfB, mein, klar, Transfersfenster ist noch ein bisschen offen, eine Woche so grob, ähm, deswegen, wenn da jetzt irgendwann noch ein komplett vogelwilder Premier League-Verein mit, keine Ahnung, mit bodenlosen Angeboten um die Ecke kommt, dann kann immer noch was passieren, ich würde drauf im Trotz-Zellmarkt nie und auch nur irgendwas ausschließen, aber, sehr gutes Zeichen, was berichtet wird, Gerassi will beim VfB bleiben, hat er aktuell nicht vor, zu wechseln, zumindest mal diese Saison nicht, deswegen auch das sehr, sehr wichtig, absolute Lebensversicherung vorne drin, dass der bleibt, Bock, Bock stark, ähm, noch die Gerüchte hier, das war im selben Atemzug wie ganz am Anfang das von Vogt, äh, also, dass, äh, die bei Porsche-Probleme hätten mit Vogt und so Geschichten, da wurde hier, äh, jetzt irgendwie auch im selben Transfermarkt-Insider und Twitter-Insider-Quatsch geschrieben, dass Gerassi wohl irgendwie fünf bis sechs Millionen verdienen soll beim VfB und auch das wurde von Ricky Palm widerlegt, glaube auch in der aktuellen, äh, STR-Folge widerlegt, was natürlich absoluter Vollquatsch ist, er ist, glaube ich, schon Top-Verdiener beim VfB, ähm, oder ist Top-Verdiener beim VfB, hat er ja Twitter geschrieben, äh, Ricky Palm auch nochmal, ähm, hat dann auch, ähm, dann ein bisschen mehr wahrscheinlich als die anderen Top-Verdiener, so Top-Verdiener bei uns ist ja so zwei Millionen, zweieinhalb Millionen, vielleicht kriegt er sie dann irgendwie drei oder sowas, aber die sechs Millionen sind absoluter Vollquatsch, plus auch absoluter Vollquatsch, um den, äh, Unterpunkte quasi zu, zu, zu beenden dann auch, äh, ist in die Gerichte um Frankfurt, weil den könnte ja wohl noch, äh, äh, Kolomuani abhandengehen, der könnte wohl doch noch wechseln und die haben wohl auch Gerasi offen, Zettel, aber auch da hat Sky und sowas dementiert und auch mein Kopf hat sofort dementiert, weil warum so, Nummer eins, seine Ausstiegsklausel über 15 bis 20 Millionen ist abgelaufen, so, hätte irgendwen wirklich aktiv gewollt, äh, hätten sie auch da schon verpflichten können oder wäre auch besser gewesen für die, weil jetzt muss man natürlich viel mehr, noch viel tiefer in die Tasche greifen, plus, warum Frankfurt, zunächst wegen Frankfurt mag den Verein auch, aber warum Frankfurt, so, Gerasi lehnt Fulham ab, lehnt, ich glaube, Ajax war ja auch im Gespräch, lehnt die ab, England irgendwie, ne, warum soll ich dann zum Conference League Club in die Bundesliga zum Konkurrenten wechseln, verstehe ich nicht, ich glaube, wie gesagt, ich glaube auch, Gerasi bleibt, wird nichts 100% ausschließen, würde auch, aber auch aktuell sagen, er bleibt, plus eben, wenn er nicht bleibt, dann nur wegen einem absoluten Weltangebot, äh, von irgendeinem großen Premier League Verein. Der vorletzte Punkt ist dann große Gerüchte, wir hatten vorhin Mini-Gerüchte, jetzt haben wir die großen Gerüchte, ähm, noch hinten herangeschoben, Angelo Stiller, ganz klar, muss hier genannt werden, ist mit das große Gerücht aktuell, ähm, habe auch schon viele Gerüchte aussortiert, weil der Name auch schon länger rumschwirrt, aber jetzt aktuell wird es wohl interessant, natürlich auch nach dem Endo-Abgang, ist ja eher mehr oder weniger der Endo-Ersatzwert, ja, doch hier wie beim Afropanos, du wirst ein Endo nicht 1 zu 1 ersetzen können, passiert nicht, aber er soll es eben perspektivisch tun, oder auf der Position eben auch tun, und da interessant, hoffen wir, er wollte wohl mal 10 Millionen haben, jetzt haben sie sich wohl auf, ja, doch schon ein bisschen runter, äh, runterverhandeln lassen, wenn man eben dem allen, äh, hier Glauben schenkt, Sky berichtet von 7 Millionen All-In, also eben alles mit drin, Socklerablöse plus Boni, in Summe 7 Millionen, die da maximal fließen können, Bild schreibt hier von 5,5 Millionen Ablöse, und eben plus Boni, das heißt, würde ja auch ins Bild passen von Sky, 5,5 plus 1,5 Millionen Boni, ergeben ja diese 7 Millionen Boni, ähm, wurde geschrieben von Medizincheck am Donnerstag, das wurde, glaube ich, widerlegt, auch hier von uns, von Philipp Meisel widerlegt, ähm, ja, Bild hat auch geschrieben, jetzt am Donnerstagabend, dass er heute dann kommen soll, mal schauen, also sieht mir irgendwie doch nicht so ganz danach aus, weil bisher auch nichts veröffentlicht wurde, das Trikot wurde heute veröffentlicht, mehr bisher noch nicht, ähm, deswegen mal gucken, aber sieht wohl sehr danach aus, dass Angelo Schüller zu uns wechselt, ähm, auch Matarazzo hat so quasi das schon fast bestätigt, vielleicht sieht er eine kürzere Chance, mehr Spiele von Anfang an zu machen, der ist Spieler, der auf dem Platz stehen muss, für den nächsten Entwicklungsschritt, wenn der Wechsel zustande kommt, stehe ich, äh, voll dahinter, und, ähm, ja, Anstieg Stiller ist der nächste, aus der Kategorie Young, ähm, würde ich mal sagen, den eben auch Sebastian Hoeneß, natürlich noch kennt, aus seiner Zeit, bei, äh, den Bayern erstmal in der Jugend, plus dann eben auch bei Hoffenheim, hat einen Drop bei beiden, äh, Stationen begleitet, Anstieg Stiller, ähm, 5 Millionen Mark weit aktuell, 22 Jahre alt, der was hier zum Mittelfeld, natürlich ganz klar auch deutsche Nationalmannschaft, U21 gespielt, auch die EM mitgespielt, ähm, absoluten Status als großes Talent, ähm, direkt defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, ist das seine Position, Vertrag bis zur 25 bei Hoffenheim noch, hat sogar auch bei Hoffenheim auch gespielt, glaube ich, letztes Wochenende noch, glaube auch sogar Startelf, also, ähm, vielleicht doch auch einer, den Hoffenheim nicht so gerne abgeben will eigentlich, aber es wohl dann tut, so wie es aussieht, ähm, interessanter Mann, würde ich anrücken, wenn ich da so viel mehr zu erzählen hätte zu ihm, aber auf jeden Fall einer, wo ich sagen würde, ja, klingt logisch, junger Spieler, mit Potenzial, auch seinen Mark weit zu steigern, das ist ja auch so ein bisschen unser Prinzip, halt auch einfach, im Vergleich zu Jakisch zum Beispiel, der wäre ja auch viel älter gewesen noch, ähm, Stiller vielleicht nicht unbedingt der Abräumer, schon auch so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, äh, ja, offensiv denkend oder kreativ denkend, ähm, deswegen ist auch da die Frage, immer wieder Verschiedenes gelesen, mal hat der VfB, mal sucht der VfB noch nach ein bisschen Geiligkeit, mal sucht der VfB eben nicht nach Geiligkeit, sondern nach einem anderen Spielertypen, weil man hat ja schon zumindest Karasor, wenn du diesen Doppelpack nimmst, hast du ja mit Karasor schon einen Abräumer, nimmst du ein bisschen kreativeren noch, äh, neben ihn, wie es jetzt Mio zum Beispiel auch gegeben hatte, gegen Bochum, ähm, also mal gucken, mal abwarten, wann genau das kommt, äh, aber so wie es aussieht, wie berichtet wird, äh, wird, äh, wird Anschlusssteller VfB-Spieler, ähm, und da kann ich auch grundsätzlich sagen, wie gesagt, wenn Hoeneß ihn schon kennt, wenn Hoeneß ihn will, ähm, auch die Ablöse, wenn die wirklich von 10 runter ist, auf 5,5 plus Boni, klingt das auch alles sehr, sehr, äh, sehr, sehr fair, sehr, sehr, ja, angemessene Ablösesumme, einfach marktgerechte Ablösesumme, und dann kann man es auf jeden Fall machen. Chris Richards ist der Nächste, auch da wieder Thema, äh, Sebastian Hoeneß, den kennt er nämlich auch, zu ihm aber noch weit, noch weit nicht so, äh, weit wie bei, äh, Angelo Stiller, ähm, vom Kikker nochmal, äh, aber auch mit reingenommen, jetzt hier, aktuelle Meldung vom Donnerstag, ähm, dass wir ihn ausleihen wollen, ich bin bei Crystal Palace, das ist ja dann von Hoffenheim, glaube ich, auch dann zu Crystal Palace, oder von Bayern aus der Jugend, bin mir gar nicht sicher, ähm, da rüber gewechselt, äh, nach England, da sich noch nicht so unbedingt so groß durchgesetzt bisher, ähm, deswegen würde da auch, gerade eben, wir sind beim Thema England, der wird ein ordentliches Gehalt verdienen, ähm, den wird auch, äh, Crystal Palace nicht verscherbeln wollen, deswegen klingt da gerade eine Laie mit Kaufoptionen, äh, für, ja, sehr clever, wie gesagt, wir wollen auch ausleihen, aber hier schreibt auch Kicker, die Vorstellungen liegen hier allerdings weit auseinander, noch zwischen beiden Vereinen, ähm, hier habe ich es nochmal aufgerufen, 10 Millionen Mark wert, er kam von den Bayern, genau, ist für 12 Millionen gewechselt, er war noch auf einem ausgeliehen, äh, aber eben dann von den Bayern offiziell verkauft, äh, 12 Millionen ablöst ist so mehr, auch wild, ähm, für ihn dran, sind sie Jahre alt, im letzten Sommer gezahlt, von Crystal Palace, Simeon Mark wert, vertragt auch bis 2027, Innenverteidiger kann er spielen, 1,88 groß, eben auch Rechtsverteidiger, also auch wirklich der 1 zu 1 Dinos-Ersatz, natürlich nicht, vielleicht, vielleicht nicht qualitativ, aber eben von der Position her, man versteht, was ich meine, auch da, ohne dass es eine Aussage hat, Mafropanus für 3 Millionen geholt, Endo für 1,7 Millionen geholt, also Ablöstsum müssen jetzt nicht unbedingt eine Aussage haben, aber nochmal ein anderes Kaliber, und du siehst Premier League, Jung, 10 Millionen Marktwert, 12 Millionen Ablöstsum, ist ein anderes Kaliber, als der Gio, jetzt hier mit Laie, und 2 Millionen Kaufoptionen, ne, ist ein anderes Kaliber, das ist schon sehr viel mehr, Mafropanus, äh, direkt ersatzt vom Kaliber her, ähm, klingt auf jeden Fall interessant, und wie gesagt, auch hier wieder, einer den Hönes kennt, einer den Hönes dann wohl auch will, deswegen habe ich da, mal von Grund auf kein, äh, nichts dagegen, weil Hönes bisher für mich einfach zu sehr bestätigt, dass er eine gute Wahl ist, ein guter Trainer ist, und dem vertraue ich da auch erstmal instinktiv, sag ich mal, ähm, jetzt so ein bisschen Transferplanung, so ein bisschen was zusammengesammelt hier, ähm, hier nehme ich auch von der Bild, genau das war das, habe ich ja vorhin auch kurz angesprochen, ähm, Jakic, ein nicht gewünschter Spieler von Hönes zu sein, da ein spielstarker Sechser gesucht wird, das ist eben dann eher der Stiller, äh, Stiller sei zu teuer, stand hier noch in der Meldung von der, von der Bild 10 Millionen, jetzt ist es ja eben scheinbar runterverhandelt worden, ähm, ein weiterer Infotager soll noch kommen, der Dinos ersetzt, und eben, des Weiteren soll ein weiterer Offensivmann kommen, und da eben auch das Thema Balikwisha, wie auch vorhin angesprochen, hier kommt so ein bisschen alles zusammen, ähm, Kicker meldet, dass der VfB, äh, 45 Millionen Euro sich vorgenommen hat, als Transferüberschuss, also nicht Einnahmen, Überschuss, plus, ne, nach Einnahmen und Ausgaben, 45 Millionen, plus, da stehen sollen, ähm, STN hat auch nochmal, wohlgebetracht auch zur STN nochmal gesagt, am Ende muss ein großes, ein erhebliches Transferplus stehen, auch hier da nochmal genau das gleiche, und auch Bild nochmal berichtet, äh, dass große Investitionen ins Team nicht drin sind, Leihgeschäfte und Billigdeals, äh, sind das, worauf wir setzen müssen, natürlich ist die Frage, klar, Kohle durch Endo, Kohle durch Mafropanos, aber 5,5 Millionen, plus Boni, ist für mich zumindest, zum nächsten Mal, kein Billigdeal, im ersten Sinn, also kann man auch einerseits sagen, vielleicht ist das alles auch einfach ein bisschen, Verhandlungstaktik, ne, zu sagen, ey, wir sind so knapp bei Kasse, oje, hier geht ja gar nichts, wir müssen jeden Cent viermal umdrehen, äh, weil auch da muss man sagen, ja, ich habe sie in meine Notiz auch nochmal mit reingeschrieben, meine Notizen hier quasi außerhalb der Quellen, schreibe mir nur ein paar, paar Stichworte in meine Google-Notizen mit rein, äh, die ich jetzt nicht wirklich irgendwo zuordnen kann, oder zu denen es eben einfach keine richtigen Quellen gibt, ähm, ja, klar, 90 Millionen Stadionumbau, 90 Millionen Corona-Einbußen, die haben wir, die sind noch nicht so schnell abzuarbeiten, aber so langsam, ich habe es auch immer wieder versucht, auch hier in den VfB-News-Formaten, auch in Instagram-Sorys immer wieder versucht, auch ein paar Fans, auch in Instagram-DMs, so ein bisschen zu beruhigen, sage ich fast, so ein bisschen, fast dem VfB, da so ein bisschen den Benefit of the Doubt, äh, zu geben, ach, so langsam kann ich es nicht mehr anhören, so langsam bin auch ich an einem Level angekommen, wo ich es mir einfach nicht mehr anhören kann, 45 Millionen plus, was? Warum? Woher? Weshalb? Was soll die Scheiße? Gibst Endo ab? Dein Kapitän gibst du ab, Bafopanos gibst du ab, beide 40 bis 50 Millionen eben plus Boni, klar, Gerasi gekauft für 9 ist recht viel, aber du hast gerade auch schon ein gutes Plus dabei, kaufst vielleicht noch einen Stiller und dann mal gucken, was noch in Sachen, ähm, ja, irgendwie noch ein weiteres Backup oder eben auch ein weiterer Flügel-Backup nochmal passiert, ähm, ähm, aber sonst hast du auch da so oder so auf jeden Fall schon mal, äh, dort schon gehöriges Plus, du hast Jahre, letzten Jahre jedes Mal Plus, und der Misset hat auch jedes Mal Plus, so langsam reicht's, also fertig aus, so langsam reicht's, wurde auch nach Porsche erzählt, dass wir jetzt keinen Transfer Plus mehr brauchen, oder keinen, äh, nicht mehr auf Transfers erstmal krass angewiesen sind, äh, weil wir eben ein besseres Eigenkapital dann haben, klar, noch nicht unterschrieben, keine Ahnung, ob das irgendwas damit zusammenhängt, ob sie da vielleicht Angst haben oder sowas, aber, äh, noch nicht unterschrieben, aber wird der unterschrieben werden dann im September irgendwann, das heißt, den Porsche, den hast du auch noch, und trotzdem wird geschrieben von 45 Millionen Plus, und dann müssen wir, wenn man es weiß, das ist irgendwie so 20, 25 Millionen Plus, 45 Plus, und dann, vielleicht zielt auch da eben dann mit rein das Thema, dass du eben für so einen Plus, dann doch einen Bonas Sosa verscherbeln musst, für 8 Millionen, für 7 Millionen, was ja auch ein absoluter Witz wäre, ne, und das, ja, dass sowas nicht auf Dauer nicht gut geht, ist, glaube ich, auch absolut allen bewusst, dass du nicht auf Dauer irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen verkaufen kannst, und die Spieler mit 2 Millionen Transfers ersetzen kannst, dass das auf Dauer immer Abstiegskampf heißt, sollte auch allen klar sein, ähm, deswegen sehr, sehr fragliches Ding, ähm, Kader soll weiter natürlich ein bisschen reduziert werden, ähm, auf 25 Profis hat irgendwer mal geschrieben, ich glaube, Bild war es auch wieder, ähm, ja, schwierig, weil, was hast du noch so als Abgangskandidaten, ja, Mola vielleicht auch so ein bisschen, du hast auch einen, äh, Cissé, du hast den Dias, so viel mehr wirklich als ganz klare Abgangskandidaten, hast du ja irgendwie dann doch nicht mehr, äh, im Verein drin, ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, auch da natürlich die Vergleiche immer da, und tut mir auch fast leid für ihn, und ich blase auch irgendwie teilweise auch in Selbyhorn, weil ich einfach ein Fan von Missandard bin weiterhin, gerade auf der persönlichen Ebene eben auch, ähm, 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 aber wohlgemut natürlich auch oft immer Vergleich mit ihm und, äh, was soll er für Transfers, was macht er für eine erste Transferphase, und da muss man eigentlich echt sagen, am Ende des Tages, wenn es alles so rüber geht, mit Transfers, klar, mit dem Verpackung abgegeben, Ende abgegeben, tut alles weh, aber ich finde den Kader gut, ich finde den Kader gut, und ich muss auch sagen, das Transferfenster, sehr viel passiert, sehr viel Abgänge, sehr viel Zugänge, ähm, auch wieder mit Laien gearbeitet und so weiter, aber wenn das hier, stand jetzt aktuell, natürlich noch ein paar Tage zu gehen, bis zum 1. September dann, ähm, aber stand jetzt gerade, ist das ein starkes Transferfenster, ich bin wirklich zufrieden mit dem Transferfenster, ähm, und eben auch zum Thema 45 Minuten plus, wenn wir wirklich auf Billigdeals gehen, und Billiglaien und sowas, dann passt auch Nübel fast nicht ins Konzept, weil der ist alles andere als eine Billiglaie, ne, Gehalt plus Laie, äh, für ein Jahr ist dann eben auch nicht billig, ne, äh, natürlich auch nicht krass teuer, im Vergleich zu einem Transfer von, von einem neuen Torwart oder so, äh, aber passt irgendwie alles nicht rein, und auch generell hier, wir wollten es angesprochen haben, weil es wieder mit drin war, und Transferplanung immer ein schwieriges Thema ist, und so ein bisschen auch abschließend, um auf den Punkt zu kommen, um hier auch so ein bisschen Wohlgemut zu loben, generell die Planung zu loben, weil es wirklich trotzdem, sehr große Abgänge für ein gutes Transferfenster halte, und einen guten Kader halte, ähm, aber eben auch hier nochmal zum Abschluss, 45 Millionen plus, ich glaube nicht dran, ich glaube einfach nicht dran, wie gesagt, wenn es wirklich ein Stiller hohes für 5,5, plus Bonis bis 7 Millionen, ne, ich glaube nicht dran, dass wir wirklich 45 Millionen plus machen müssen, das mal mussten wir einen Plus machen, weil mussten wir keinen Plus machen, die Berichte gingen da auch irgendwie, wöchentlich unterschiedlich, oder die Aussagen wöchentlich unterschiedlich, ähm, so unsagbar viel passiert ja vermutlich auch nicht mehr, du holst doch deinen Stiller vermutlich, und dann danach mal gucken, ähm, was du dann auch als Ersatz holst, klar, äh, den Ersatz für Dinos noch, aber ich glaube, da wirst du keinen kaufen, ich glaube, da geht es auch eher, Thema Richards, um sowas wie Leih- und Kaufoption, also finanziell wird sich glaube ich nicht mehr so krass viel bewegen, und dann, ja, stehst du aktuell bei 25 Millionen plus, weiterhin, gut, ziehst du den Stiller noch ab, bis bei 17 Millionen plus, ich weiß nicht, wie wir auf 45 Millionen Transferplus kommen sollen, also ich sehe es, ich sehe es nicht, und dann ganz zum Schluss mal einfach random, oder kann ich eigentlich fast auch schon Outro nennen, weil wir halt wirklich nur noch zwei, äh, Unterkapitel haben, Nummer eins, Bundesliga-Fans, ähm, gar nichts VfB-spezifisches, aber auch sehr, sehr schön, ähm, wollte ich mit reinnehmen, weil ich es schön fand, das Zitat von Harry Kane, damals, nach dem Spiel in Bremen, seinem ersten Bundesliga-Spiel, die Fans auf beiden Seiten waren das ganze Spiel, äh, ganze Spiel über unglaublich, ganz anders als die Atmosphäre in der Premier League, ich habe es wirklich genossen, und auch hier, ganz klar als Zeichen, wir sind einfach krass, wir sind geil in der Bundesliga, und das muss auch ein ganz klarer Weckruf sein, ähm, wenn selbst jemand wie ein Harry Kane, dahin geht, wirklich kurz davor, der beste Torschütze, äh, aller Zeit in der Premier League zu sein, letzte Saison, hinter Haarland der beste Torschütze gewesen, und geisteskranke Stats, riesen Standing in England, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, und der kommt her und sagt, boah, die Fans waren schon krass, es war schon bemerkbar, wie viel krasser die waren, als in England, absolutes Zeichen, und das letzte noch, Prozente, einmal haben wir Flachodimos, wo es Gerüchte gibt, dass der vielleicht, als Nummer zwei, zu Man U wechseln könnte, ein bisschen zu konkurrieren, mit Onana, den sie geholt haben, ähm, und dann eben auch, äh, Nikolas González, äh, der vielleicht wechselt, äh, wir machen zuerst, ähm, Flachodimos, ähm, weil der ja auch bei uns ausgebildet wurde, kann es wohl sein, dass wir bei ihm auch ein bisschen Prozente bekommen, hier wurde berichtet von 15 Millionen, ähm, ähm, also wir haben natürlich keine offiziellen, äh, Prozente mehr drin, also keine, keine, keine Weiterverkaufsklausel oder sowas, weil wir ja schon verkauft haben, an, ähm, äh, oder schon länger her verkauft haben, glaubt nicht, dass wir da noch was haben, aber eben Solidaritätsbeitrag, Ausbildungsentschädigung, dies, das, und da könnten wohl so 600.000 zusammenkommen, da tatsächlich Transfersumme, die eh sogar einen Rechner für, äh, um das einzugeben, mit Transfersumme und, äh, Transferdatum, und González, wäre nochmal ein anderes Thema, äh, bei ihm könnten wir wohl auch in dem, in dem Bereich so ein bisschen 600.000 Solidaritätsbeitrag bekommen, ähm, plus eben, bei ihm wäre viel interessanter, wir haben wohl bei ihm eingebaut, 10 bis 20 Millionen, äh, 10 bis 20 Millionen, das wäre schön, nee, 10 bis 20 Prozent, äh, äh, weiterverkaufsklausel, das heißt eben von dem Plus, das sie machen, oder von der Summe, die sie bekommen, äh, 10 bis 20 Prozent, was für eben eben auch sehr großer Betrag sein könnte, äh, da waren wir in Gerüchten jetzt irgendwie so 42 Millionen Ablöse, äh, von, äh, Florenz zu Brentford, aber aktuell ist das Ding bei ihm, von Fabrizio Romano und eben auch vom, ähm, ähm, CEO von, äh, Florenz wurde Statement überliefert, ähm, dass ich quasi, nette Absage hier auch, äh, dass ich da quasi danke an Brentford, dass sie ein weiteres Angebot geschickt haben, aber González wird den Verein nicht verlassen, er ist ein absoluter Schlüsselspieler, auch da muss man jetzt sagen, Aussagen im Fußball von Verantwortlichen sind immer so ein Thema, lass die mal jetzt statt 42 Millionen auf einmal 50 bieten, Brentford und das Thema sieht vielleicht nochmal anders aus, also vielleicht wird das nochmal heiß, das Thema, äh, generell in González-Abgang, auch große Summe eben dann da mit dabei, weil, äh, 10 bis 20 Prozent von dann, ich sag mal, 40 Millionen, da kommt schon eine Summe zusammen, plus vielleicht auch sogar ein bisschen so der Gesetzbeitrag, da käme sogar echt, echt Kohle zusammen, äh, von dem wir da ein bisschen Auge auf vielleicht auf González-Abgang von Florenz, weil da noch ein bisschen Kohle einnehmen könnten, bei Florodimus wäre das ja verhältnismäßig auch ein bisschen weniger, ähm, natürlich auch interessant, weil es auch ein Jugendkeeper von uns ist. Und dann sind wir echt am Ende, sind wir durch mit dem Part hier, nämlich mit dem Part der VfB-News und, äh, gleich noch, das skripte ich jetzt noch kurz zusammen, also ich nehme sie quasi in zwei, in zwei Sparten auf, in zwei Teilen auf, ähm, kommt noch ein bisschen Vorbericht zu RB Leipzig heute Abend, wird natürlich auch gestreamt, das Spiel, der erste Reaction-Stream in dieser Saison dann, RB Leipzig-VfB, ab so circa 20.15 Uhr, Anfangszeit 20.30 Uhr dann, in Leipzig, dazu wie gesagt, gleich der Vorberichtsteil hier, in dem langen Podcast-Format und natürlich auch so ein bisschen noch die Tipps hinten dran, äh, Tipp, äh, hier die, die Kick-Tipp-Runde, die wir da haben, muss ich auch noch abliefern, deswegen einfach gleich im Video dazu, tippe ich auch noch den Spieltag durch. Und dann kommen wir zum Teil mit Bochum und Leipzig, hier wie immer, ganz klar, im Podcast statt, habe ich schon seit einer Weile jetzt meine Einspieler immer drin, so ein bisschen Daten und so Geschichten, also gerne auch den Podcast statt wie immer gerne anhören, natürlich einmal zu Bochum, einmal zu Leipzig, habe ja auch ein paar Sachen davon übernommen, aber noch ein bisschen mehr dazu, im Podcast statt. Nummer 1, Bochum, äh, 5-0 besiegt, ich habe auch schon viel gesagt, im Fazit nach dem Stadion-Flog, von dem her nehme ich da auch nicht mehr so ein Riesenteil hier ein, ähm, Ricky Palm kann ich ja eigentlich nur bestätigen, der hier sagt, ich sehe Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt, Teamgeist und Qualität und das am ersten Spieltag überfordert mich gerade, ähm, das hatte ich auch mit reingenommen, ganz witzig, erster Sieg am ersten Spieltag, letzte Saison war am zehnten Spieltag erst soweit, erstes Spiel zu Null, letzte Saison hat man genau zwei Spiele, insgesamt zu Null in der gesamten Bundesliga-Saison, ein Tor durch die Mitte, eins über links, zwei über rechts, eins durch einen Standard, das ist auch da Variabilität am Start, auch nett zu sehen, äh, ist das Thema bei auch, vor allem Vorlagengebern, wir haben Silas mit zwei Hütten, Pirassi, äh, aber Stenzel hat zwei Tore vorbereitet und damit direkt schon mal ein Höchstwert aufgestellt, direkt schon mal ein Höchstwert aufgestellt, generell auch ein gutes Spiel gemacht, äh, Pascal Stenzel, aber wenn man jetzt hier drauf schaut, 20-21, ein Tor vorgebreitet, 22-23, ein Tor vorbereitet und jetzt schon zwei Tore, also quasi gleich vier Tore vorbereitet, die letzten drei Bundesliga-Saisons am Stück, Ähnliches gilt für Chris Führig, der hat auch in Sachen Gesamtbilanz und eben jetzt auf diese Saison geblickt, ähm, doch schon auch ein bisschen was, äh, ein bisschen was, äh, verbessert, direkt schon, er hat nämlich auch zwei Vorlagen gegeben und, ja, 2023, letzte Saison auch zwei Vorlagen, 21-22 auch zwei Vorlagen, ähm, das heißt, in den letzten beiden Bundesliga-Saisons, die er bei uns ist, hat er jeweils zwei insgesamt assistiert, zwei Tore vorgelegt, nun schon nach einem Spieltag zwei vorgelegt und, Kirassi, auch ganz klar Geschichte, muss angesprochen werden, ähm, der Kollege natürlich auch super, super Leistungsdaten, seitdem er bei uns ist, ähm, nun hat der Kollege da halt auch einfach einen Schnitt vorzuweisen, auf den man schon richtig, richtig Bock haben kann, ne, der hat jetzt, wenn ich es jetzt hier richtig zähle, 13 Tore geschossen in der Bundesliga für uns in 23 Spielen, sind ja auch so ein, zwei Spiele dabei, zum Beispiel Bremen, wo er direkt nach Auswech, äh, nach Verletzung raus, nach 20 Minuten und nur 20 Minuten oder sowas dann in, äh, bei Union, also kannst du eigentlich fast sagen, in 21 vollen, richtigen Spielen hat er 13 Mal getroffen, wenn er den Schnitt so weiter behält, in den nächsten 33 Spielen, wir beten und hoffen, dass er eben diesmal keine Verletzung hat, letzte Saison hat die einiges gekostet, äh, seinen Ausfall über sieben Spiele oder so war das, ähm, dann könnte der echte Saison abliefern mit über 20 Bundesliga-Toren, sehr, sehr stark, ähm, und absolute Lebensverzierung, wie auch schon vorhin angesprochen, und auch wichtig ist Jong, der kam rein, quasi der Endo-Ersatz, also natürlich nicht positionsgetreu, aber, äh, nominell, auf dem Feld, auch ein gutes Spiel gemacht, hat sich fast belohnt, die Riesenparade von, äh, Riemann da gewesen, hat er auch sein eigenes Ton noch geschossen, Jong, ähm, 38 von 38 eingekommene Pässe, super, äh, Nummer gespielt da, äh, tatsächlich am, am vergangenen Samstagmittag, ähm, und, ja, wir sind einfach die Mannschaft, die es nach dem Bayern am häufigsten geschafft hat, in der Bundesliga, auf Platz 1 zu stehen, nach einem Spieltag, die Bayern haben hier, was habe ich hier von Obtafranz, genau, 13 Mal, und wir haben es jetzt schon 8 Mal geschafft, ähm, so viel dann mehr oder minder, äh, zu dem Thema Bochum, natürlich auch einige Spieler vertreten gewesen in den Elf des Tages, bei Kicker, bei Sportschau, überall sehr viele, meistens hier Führig, Silas, auch mal Gerasi, auch mal Stenzel, also sehr, sehr gutes Wochenende gewesen für den VfB, ähm, Personalsituation von der PK vor Leipzig, ähm, und darf weiterverletzt, wagt nochmal Nathai und Ulrich, ähm, das heißt, da sind beispielsweise auch Namen wie in Pretlow wieder raus aus der richtig verletzten Liste, sage ich mal, äh, Stergio, direkt, äh, alle Voraussicht nach im Kader, laut Hoeneß, also direkt schon mal seinen Backup-Posten auch voll eingenommen, dann, äh, auf der Bank in Leipzig, sehr interessant, auch natürlich ein sehr schönes Zeichen für ihn direkt, äh, dass Hoeneß ihn jetzt schon direkt schätzt, ähm, und auch er sagt natürlich ganz klar, Hoeneß sagt, Leipzig wird ein ganz, ganz anderes Kaliber als Bochum, das müssen wir auch nochmal hier ganz klar noch mit festhalten, Bochum hat wirklich auch einfach kein gutes Spiel gemacht, also das 5-0 ist in dem Sinne, was auch keiner macht, keiner von offiziellem, ich glaube auch keiner von den Fans eigentlich macht, ähm, ist auch nicht wirklich überzubewerten, natürlich trotzdem, ähm, ein absoluter Traumstart gewesen, muss man einfach so sagen, und Start, beziehungsweise Spieltagabfolge ist hier auch interessant, wir haben genau dieselbe Spieltagsabfolge nun wie auch schon in der Saison 21-22, damals war es ein 5-1 gegen Fürth im ersten Spieltag, jetzt ist es ein 5-0 gegen Bochum, beide Male Tabellenführer dann gewesen, dann zweiter Spieltag Auswärts Leipzig, dritter Spieltag zu Hause Freiburg, genau selbe Bild haben wir jetzt auch wieder, und damals war es dann eben ein 0-4 in Leipzig verloren und 2-3 gegen, äh, Freiburg verloren, also da hoffen wir mal auf Besserung, dass es eine bessere Serie wird dieser Saison, ähm, interessanterweise auch, ne, angesprochen vorhin das dritte Trikot, äh, beim 0-4 war damals auch scheinbar das Debüt quasi das erste Mal getragen, das neue dritte Trikot in der Saison damals, also auch da nochmal die nächste Parallele, sehr, sehr witziges Ding, ähm, auch natürlich generell, wenn wir jetzt auf Leipzig-Stuttgart schauen, braucht jetzt keine riesen ellenlangen Prognosen oder Analysen anlegen, glaube ich, ähm, RB bleibt der Favorit, dieser, ja, doch schon sehenswerte Sieg gegen die Bayern des 3-0 im Supercup, jetzt eben verloren dann, in Leverkusen, knappes Spiel gewesen, interessantes Spiel gewesen, zwei Top-Mannschaften der Bundesliga, ähm, und wir haben gegen Leipzig in zehn Bundesliga-Spielen noch nicht einmal gewonnen. Zu Hause haben wir wenigstens zweimal bisher unschieden gespielt, auswärts noch nichts geholt, nichts geholt in Leipzig, immer verloren, ähm, letztes Jahr immerhin ja auch mit sehr ersatzgeschwächter Mannschaft gut gespielt, 2-1 verloren, nur knapp, äh, war Casanares in der Startelfen, so, ganz, ganz viele Nummern, ganz viele Verletzungsgeschichten unter Labbadia damals noch, ähm, auch hier schon mal kann ich sagen, eigentlich musst du in Sachen Startelf nicht viel ändern oder eigentlich nichts ändern, so, never change a winning team, äh, deswegen würde ich auch genau so reingehen, wie auch schon gegen, ähm, Bochum, was man vielleicht drüber reden kann, ist das Thema, äh, Defensive, dass du da vielleicht nochmal ein bisschen jemanden rausnimmst oder rausnimmst von der Offensive und einen Defensiveren reinbringst, also Mio auf der Sechste oder auf der Acht, wie auch immer, ist schon nochmal eine andere Lösung, als eben einen Defensiveren da hinzustellen, aber ich bleibe genau so, Nübel, Stenzel, Anton Zagadou, Ito, Carasso, Mio, Silas, Dion, Führig und Girasi, ähm, wie gesagt, mit Leipzig ist absolut zu rechnen, wenn du jetzt bei Leipzig auch mal guckst, die haben in den letzten Saisons, seitdem sie aufgestiegen sind, 16, 17, wurden die einmal Sechster, sonst immer Vierter, dann habe ich hier, glaube ich, dreimal Dritter, genau, und sonst immer Zweiter, mit denen ist zu 100% zu rechnen, Top 4-Finish immer, mindestens eigentlich, bis auf diese eine Sechste-Platz-Saison, ähm, auch meine Prognose habe ich sie ja fast auf, äh, fast auf die Eins getippt sogar, äh, nach der guten Saison-Vorbereitung und, klar, Kader, Riesen-Umbruch, Guardiol weg, ein Kunku weg, Luqueba, Xeschko auch geholt, Xavi Simmonds ausgeliehen, die haben einen brutal geilen Kader, auch einen brutal jungen Kader, ähm, mit denen ist zu 100% zu rechnen und was man auch nicht vergessen darf, seitdem Marco Rose da am Start ist, ich glaube, sechster Spieltag war, das wurde ja übernommen, letzte Saison von Tedesco, ne, auch nicht zu vergessen, Tedesco, ähm, sind die Meister gewesen, das Meisterkurs, die haben mehr Punkte geholt, als Dortmund und Bayern, seitdem Marco Rose Trainer ist, also, stand vor dem letzten, äh, vor dem Bundesliga-Start, der letzten Saison nur, nur gesehen, ähm, das ist schon, schon auch sehr krass und auch interessant, V, äh, hier RB Vergangenheit hat auch tatsächlich Sebastian Hoeneß, der hat RB Leipzig U17 und RB Leipzig Jugend trainiert, von 2014 bis 2017, tatsächlich, sehr interessantes Ding, ähm, wie gesagt, ich glaube, Prognose brauche ich nicht länger zu machen, äh, als nötig ist, ähm, ich glaube nicht, dass wir uns wieder so abschießen lassen, im 4-0-Stil, wie damals, ähm, letzten Male auch nicht so unter die Räder gekommen, gegen Leipzig, ganz generell, wie gesagt, letztes war eigentlich wirklich gutes Spiel gemacht, eigentlich fast auch einen Punkt verdient gehabt, äh, in Leipzig dann, ähm, trotzdem müssen wir, glaube ich, nicht damit rechnen, dass wir nach dem zweiten Spieltag weiter in Tabellenführer sind, sag ich mal, ähm, hab gesehen, wir bleiben zumindest bis morgen, bis Samstag Tabellenführer, solange Leipzig nur 1-0 gewinnt, Thema Torverhältnis, solange wir nur 1-0 gewinnen würden oder mit einem Torabstand gewinnen würden, bleiben wir zumindest Tabellenführer, ist auch ganz interessant, aber, ja, im Normalfall, mein optimistischer Tipp wäre, ey, vielleicht kannst du ja etwas abtrotzen und nimmst da einen Punkt mit, wer weiß, ähm, aber der realistische Tipp ist, knapper Sieg für Leipzig, weil die Qualität, dass du ja am Ende durchsetzt, deswegen tippe ich hier auf ein 2-1, für Leipzig tatsächlich, bleibt mal realistisch, aber Hoffnungstipp ist dann durchaus doch auch ein Unentschieden und wie vorhin schon gesagt, wir streamen das Ding heute Abend, Matchreaction live bei mir hier auf YouTube, ganz klar und, dann gehen wir auch zum Schluss hier rein, in den Tabellenrechner, ähm, muss ja eh noch meine Kicktipp-Runde auch weiter befüllen, bei mir meine Tipps, das heißt, ich mache das hier im Video und übertrage genau das gleiche auch dann später in unsere Runde, Leipzig-Stuttgart, natürlich dann das 2-1 direkt einzutragen, jetzt hier ganz freeside, ich habe noch gar nicht angeschaut, wer gegen wen spielt, äh, Freiburg gegen Bremen, ähm, ja, schon Freiburg, ne, 2-0 Freiburg, dann haben wir Köln gegen Wolfsburg, das ist ein interessantes Ding eigentlich, ist Sach 1-1, ja, jetzt 1-1, Bochum-Dortmund, ich glaube, das wird ein böser Start für Bochum, 1-3 für Dortmund, Heidenheim-Hoffenheim, ähm, da haben wir, ja, ein nettes Duell, also da auf die, auf die Einschaltquoten bin ich mal sehr gespannt am Samstagmittag an der Konferenz, so wie es aussieht, hier das Spiel angesetzt, ähm, Heidenheim-Hoffenheim, komm, jetzt, ey, ist der erste Punkt für Heidenheim, 1-1, warum denn nicht, ähm, Darmstadt gegen Union, ähm, ja, ja, nee, komm, Union ist einfach eklig, 0-1 für Union, Gladbach, Leverkusen sind dran, das ist ein interessantes Spiel, so, ähm, kann ich nicht mehr im Kopf, was Gladbach letzte Woche gemacht hat, mal kurz nachgucken, äh, ach stimmt, ach stimmt, das verrückte 4-4 da in, in Augsburg, ähm, Leverkusen auch gewonnen, aber ich sage, das war auch nur unentschieden, 1-1, obwohl, komm, 2-2, bisschen höher, ähm, Mainz gegen Frankfurt, Mainz erstes Spiel ja auch verloren, gegen Union dann, ähm, viele Unentschieden, hab ich, komm, 1-1, auch wieder viele Unentschieden, und Bayern Augsburg, knackiges 4-0 für die Bayern, sage ich einfach so wie es ist, natürlich auch wie immer, gerne von euch, Meinung zu Bochum Spiel, natürlich noch viel mehr Meinung zum Leipzig Spiel, gerne auch vielleicht Meinung zu den Tipps, und zu allem hier in diesem, wieder, Video mit komplett Überlänge, äh, gerne in den Kommentaren da lassen, ich bin raus, bringe euch das hier noch, zumindest noch ein paar Stunden vor Anpfiff, heute Abend vor dem Leipzig Spiel, äh, auf YouTube und überall verbreitet, ähm, bedankt fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.